Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in dem heutigen Video geht es um das Digitalisieren von solchen alten VHS-Kassetten beziehungsweise von solchen Video 8-Kassetten. Ja, wie das geht, bleibt einfach dran. Das ist gar nicht mal so kompliziert, wie ihr denkt. Ja, die etwas Jüngeren von euch, die werden das wahrscheinlich gar nicht mal kennen. Was ist VHS? VHS war ein analoges Medium. Das war praktisch der Vorgänger von DVD. Ich habe es vorhin nochmal nachgeschlagen. Bei Wikipedia VHS wurde 1976 von GVC erfunden. Ja, es gab eigentlich nur zwei Unterschiede bei VHS. Also der Vorgänger war NTSC und der Nachfolger war PAL. Die haben sich eigentlich nur bei der Bandgeschwindigkeit unterschieden. Ja, auf so eine PAL VHS-Kassette haben, ich weiß gar nicht, also sechs Stunden waren da locker drauf gepasst. Also diese Kassetten sind jetzt mit 240 Minuten, das heißt, auf so eine Kassette haben bis zu vier Stunden Videomaterial drauf gepasst. Ja, man hat natürlich einen Videorekorder gebraucht und entweder hat man sich leere VHS-Kassetten gekauft, hat sie reingeschoben und dann konnte man zum Beispiel vor dem Fernsehen irgendeine Sendung aufnehmen. Man konnte das Ganze schon per Timer damals programmieren, falls man zu Hause nicht war und dann konnte man eine Sendung aufzeichnen. Ja, damals gab es noch Videotheken, dann ist man reingelaufen. Die Jüngeren von euch werden es auch nicht kennen, im Zeitalter von Netflix und Co. War etwas ganz Besonderes. Man ist reingegangen und dann konnte man sich Videofilme ausleihen. Ja, Schreibschutz war damals nicht so groß geschrieben und zwar der einzige Schreibschutz war hier diese Lasche und wenn die praktisch rausgebrochen war, dann konnte man das nicht kopieren bzw. nicht beschreiben. Konnte man ganz einfach umgehen, wie man jetzt bei dieser Kassette hier sieht. Man hat hier einfach ein Stück Papier reingemacht und Klebeband drüber und dann war der Schreibschutz weg. Ja, schon seit etwas längerer Zeit habe ich etwas recherchiert, wie man das digitalisieren kann und und viele bieten das ja auch an, also Mediamarkt zum Beispiel bietet das an, ich kann es vielleicht mal kurz einblenden, und zwar, die haben einen Service, wo man seine alten VHS-Kassetten abgeben kann und die digitalisieren das dann für einen. Das Ganze ist natürlich etwas kostenspielig, also so eine Digitalisierung bei Mediamarkt pro Kassette verlangen die, glaube ich, um die 20 Euro für VHS. Das Video 8 ist, glaube ich, sogar noch teurer und ja, kommt für mich nicht in Frage, weil bei mir sind schon einige Kassetten und ich habe da keine Lust, 300-400 Euro für so eine Digitalisierung zu bezahlen. Ich werde euch das zeigen, wie das deutlich günstiger geht. Ja, in meinem Fall sind es VHS-Kassetten mit alten Privataufnahmen, Urlaubsvideos, also von früher noch die alten Aufnahmen und das Ganze haben wir damals mit so einer Sony-Kamera aufgenommen, das war so eine Video 8-Kamera, war eigentlich echt, echt cool. Die hat mein Vater gehört, weiß gar nicht, was sie damals gekostet hat. Die hat, für damalige Verhältnisse konnte sie schon ziemlich viel, also man konnte hier praktisch zoomen und Weitwinkel sozusagen, ne, Weitwinkel nicht, also zoomen konnte man damit praktisch etwas näher ranholen und ja, man hat die Video 8-Kassette einfach hier eingesteckt. Video 8 steht übrigens für 8mm, also es ist eine 8mm und hier haben 60 Minuten drauf gepasst, also nicht so viel, aber war trotzdem ganz cool. Hinten war der Akku und somit hat man das Ganze damals aufgenommen. Ja, und später hat man das Ganze dann rübergespielt auf so eine VHS-Kassette. Damals war das ja das gängige Medium praktisch. Jeder hat einen Videorekorder zu Hause gehabt und deswegen konnte man dann mit der Familie an so einem VHS-Rekorder zusammen das Video anschauen. So, genug gequatscht, jetzt geht es um das Digitalisieren von diesen alten Kassetten. So, was braucht man als Voraussetzung? Als Voraussetzung braucht man eigentlich nur so einen Videorekorder, der noch funktioniert. Also schaut euch da auch mal gern bei eBay-Kleinerzeigen um, da gibt es auch manchmal teilweise zum Verschenken. Und ja, VHS-Kassette, auf jeden Fall. Und jetzt kommt das Wichtigste, mit dem ich das Ganze digitalisieren tue. Und zwar, ich habe mir hier so ein kleines Set gekauft, habe das Ganze schon getestet. Also Hersteller, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also hier steht auch nichts drauf auf der Verpackung. So, ich zeige das mal ganz kurz von etwas nahem. Also wir haben hier so einen SCART-Adapter dabei. So, ich hoffe, der Fokus funktioniert. Also SCART ist für den VHS-Rekorder. Der hat man hinten reingesteckt. Ja, bei diesem Set hat man den Vorteil, also man hat hier, wie gesagt, den SCART-Adapter. Dann hat man hier damals die gängigen Kabel. Das war einmal gelb für Videosignal. Dann waren die zwei für das Audiosignal. Also war damals noch in Stereo. Und der Vorteil hier bei diesem Adapter, man konnte auch, ich hoffe, man kann es gut erkennen, S-Video. Also jemand, der von euch S-Video kennt, S-Video sieht so aus. Das ist S-Video. Ja, so sieht das Ding aus. Also das hat mich ungefähr knapp 20 Euro gekauft und es langt vollkommen aus. Funktioniert sehr gut. Ich habe das Ganze schon getestet. Und ja, hier ist einfach ein USB-Anschluss dabei. Software ist auch dabei. Kabel ist dabei. Also wer Interesse an sowas hat, ich kann es gerne mal unten verlinken. Ja, und dann kauft ihr euch das Ganze. Wie gesagt, 20 Euro. Und dann kann man das Ganze digitalisieren. So. Dann hat man hier noch eine Software dabei. Das sind die Treiber für dieses Ding dabei. Weil Windows 10 hat es leider nicht erkannt. So, wir schwenken jetzt mal. Ich schließe das Ganze jetzt mal an und wir schwenken dann auf den Computer rüber und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. So, wir haben jetzt hier die Rückseite von unserem VHS-Videorekorder. So, und wir stecken jetzt diesen SCART-Adapter einfach in unseren Videorekorder ein. So, eingesteckt ist er. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch unseren USB-Anschluss und den stecken wir jetzt hinten in den PC hinein. So, jetzt legen wir unsere VHS-Kassette ein. Einfach hineinschieben. So, wir spulen mal ganz auf Anfang. Dauert ein wenig. So, jetzt wie man vielleicht hören kann, spult er jetzt auf Anfang. Also das Spulen hat ein wenig gedauert. Je nach Videorekorder, manche waren etwas schneller, manche waren etwas langsamer. Und so. Ja, wie gesagt, wir spulen ganz auf Anfang und jetzt schwenken wir mal drüber auf den PC. So, kommen wir nun zu dem eigentlichen Digitalisierungsvorgang. Ja, beim allerersten Anschließen habe ich das Problem gehabt, dass die Treiber von diesem Videograber nicht erkannt wurden. Und zwar hier war alles gelb, also der hat es überhaupt nicht erkannt. Man muss auf jeden Fall die mitgelieferte Software installieren. Ist in CD-Format. Wer kein CD-ROM-Laufwerk hat, ist kein Problem. Etwas googeln. Man kann das auch digital herunterladen. Ja, nachdem man die Treiber installiert hat, dann starten wir unsere Software. Das ist die Arcsoft, Showbit Software. So, ist eigentlich sehr übersichtlich. Also wir haben hier Aufnehmen, Bearbeiten, Erstellen. Aktuell sind wir hier bei Bearbeiten, also nachdem wir das Video praktisch schon aufgenommen haben. Dann können wir hier Text einfügen, Effekte, Übergänge. Ist zwar etwas altbacken, also wenn wir jetzt hier mal die Texte anschauen. Also die Texte sind etwas altbacken und die Übergänge und die Effekte auch. Also das Nachbearbeiten persönlich mache ich dann lieber mit Premiere Pro. Ja, kommen wir zum eigentlichen Aufnehmen. Wir klicken jetzt hier mal auf Aufnehmen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben und die Treiber installiert haben, dann erkennt auch unser Gerät. Also wir sehen auch hier oben bei der Quelle. Jawohl, hat er erkannt. Das ist unser Videograber. Hervorragend. Dann einen Videoeingang haben wir auch. Wir können ja auch hier auswählen zwischen S-Video und F-Bass. Also wenn ihr das S-Video-Kabel nutzen wollt, dann müsst ihr hier auf S-Video klicken. Wenn ihr die anderen Kabel nehmen wollt, also mit Rot, Weiß und Gelb, die Standardkabel praktisch, dann nehmen wir hier F-Bass. So, da haben wir unser Audio-Gerät und die Lautstärke und so weiter. Ja, was müssen wir jetzt eigentlich nur noch machen? Wir starten unser Video an unserem VHS-Rekorder. Das mache ich jetzt mal. Und jetzt sollten wir eigentlich hier schon ein Bild haben. Jawohl, funktioniert. Ich werde das Ganze natürlich jetzt hier zensieren, weil das sind Privataufnahmen. Und ja, funktioniert. Die Qualität ist, naja, für damalige Verhältnisse eigentlich okay. Und was mich persönlich ein bisschen stört bei diesem Programm, also das Speicherformat ist hier etwas altbacken, MPEG-2. Ja, es könnte etwas moderner sein, MP4 oder so. Und ja, was müssen wir jetzt eigentlich nur noch machen? Wir wählen hier unseren Speicherort aus und klicken hier auf Aufnehmen. Und dann können wir das Ganze digitalisieren. So, dann wollte ich euch noch zeigen, wie man das Ganze bei einer Video-8-Kassette macht. Ist eigentlich ganz simpel. Wie gesagt, wir haben ja hier unsere drei Kabel. Hier haben wir einmal unser Videosignal, also mit gelb. Und die zwei Audiosignale, also Stereo, rot und weiß. Und ja, diese Kamera, die hat auch hier einen Video-Ausgang, also einmal in gelb und leider nur einen Audio-Ausgang. Also das heißt, die Kamera konnte nicht in Stereo ausgeben, sondern nur in Mono. Aber spielt keine Rolle, funktioniert genauso gut. Wir schließen das einfach hier an. Gelb und dann nehmen wir irgendeinen Kanal, also entweder rot oder weiß. Spielt keine Rolle. Ja, und dann drücken wir hier einfach auf Play und machen die Aufnahme auch an unserem PC. Und so können wir das Ganze auch hier digitalisieren. Ja, so einfach kann man seine alten VHS-Kassetten bzw. Video-8-Kassetten digitalisieren. Also wie gesagt, hat mich knapp 20 Euro gekostet, das Ganze. Und kann ich für alles benutzen und mehrmals benutzen. Das Ganze kann ich euch unten verlinken, falls jemand Interesse hat. Also das soll auch überhaupt keine Werbung sein. Ich werde hier null gesponsert oder sonst irgendwas. Das habe ich mir selber gekauft, weil ich das selber gebraucht habe. Ich wollte es endlich mal alles digitalisieren und dann etwas bearbeiten und nachschneiden. Ja, ich hoffe, für den einen oder anderen hat das etwas gebrauchtes Video. Also die etwas älteren von euch oder so in meinem Alter, die werden das wahrscheinlich noch ganz gut kennen. VHS und Co. Und ja, falls es Fragen gibt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche es, soweit es geht, zu beantworten. Und ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.